Willkommen zurück zu Sekiro. Ich würde sagen, wir beten jetzt und schauen wir mal, was dann passiert. Ich hatte schon die Vermutung, dass es eine Cutscene geben wird. Das ist bestimmt ein Bosskampf, oder? Wir hatten lange keinen mehr. Okay. Ein Baum? Wannst du? Ein Baum? Was ist das so cool? Jetzt wird das so cool. Ja, das war so cool. Ich habe mich nicht so cool. Aber du hast einen großen Platz. Ich habe mich nicht so cool. Ich habe mich nur noch einen Daumen. Er wurde mir gefühlt. Er ist noch eine Art. Oh Gott! Oh der da ist! Das ist die andere Seite! Ey! Warum? Ich bin jetzt auch der Fall. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Okay, das ist das. Das ist die Zeit. Ah ok, aber ich habe nicht geholfen. Ah ok, aber ich habe nicht geholfen. Selix! Nee, nix. Nicht hauen. Okay. Baumviecher, tot. Jetzt kommt der große Big Boy, hm? Natürlich mit dem Letzten. Okay. 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 Das ist voll fies. Okay. Yes, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh God Okay Sagt er und wurde getötet, alles klar Wir standen kurz vor dem Skillpunkt, aber das sehe ich jetzt nicht als schlimm an Wird das komplett übersprungen? Ja Oh crap Was ist hier halt überhaupt nichts? Was ist hier? 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 Oh Was ist hier? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott. Das war's für heute. Ich vermute mal, ich muss den... Dauerparieren. 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 Hey, komm, on! Ganz schlechter Stand. I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go. Ja, sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Ja, sch-sch-sch. Ja, sch-sch. Ja, sch-sch. Ja, sch-sch. Ja, sch. Ja, sch-sch. 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 Ich hätte das auch rasten sollen. Keine Heilung mehr. Ist der einzige Drache? Ah. What? Okay, und was jetzt? Da ist die Arena. Ah, alles klar. Jetzt auch ein Lebens. Hallöchen. Schlauente Teil. Schlauente Teil. Okay. Da drin war mal ein Händler. Ich weiße, eine Festung. Okay. Greifen die mich jetzt automatisch nicht mehr an? Oh, ja. Ich hab den die Flasen aufgeren. Oh, ja. 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 Oh. Oh, ja. Oh. ganz kurz was schießt immer noch ich kann nicht mehr heilen wenn ich irgendwo ein idol in der näher dauern Und da, und da. Ja, das waren die Kommen, die... Okay. Nevermore. Ich hätte zum Idol gehen sollen, aber okay. Das heißt, jetzt geht gerade wieder der Punk ab in Ashina. Und das war es auch erstmal für die Folge. Das heißt, wir erkunden später weiter, in der nächsten Folge. Dank göttlicher Hilfe. Ich habe zumindest das Gold nicht verloren. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Engelchen. Gut, das war es erstmal für die Folge. Und auch erstmal für die Session. Zumindest Teil 1. Es ist erstmal Essenszeit. Bis hierhin, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Gerne auch ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.